Hey Geilgamer, was geht ab? Willkommen zum neuen Stream. Heute Evakuierungstag 33. Ich warte immer noch am Helikopter, aber bis der kommt, können wir ein bisschen DVD spielen. Hey, was geht ab? Wir zocken die ganze Nacht, die ganze... Oh, wo? Oh, wo? Du, siehst du mir aus. Rrrm, 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 rrrm. Das ist die Macht des Ausbrechens des Wohls ist. Das ist das Gewaltigste politische Mittel. Volume Adjustment. Volume Adjustment. Volume Adjustment. Ich kann nicht mit alle gucken. Mein Schlung ist gewachsen. Was? Er namet seine Spears nach seinem Penis! Oder es könnte sein, dass er seinen Penis nach seinem Spears namet. Was? Das war nicht der Fall. Du von dir sagst... Was? Julie, das ist doch fies! Du kannst das wirklich aufhören! Squire? Ich kann ein Ballen! Komm! Wir sind jetzt! Komm! Ja, okay! Wenn du so sagst, gehe ich auch auf kalendern Inhalte! Ich habe euch nur gute Cous gegeben! Ach doch! Wir sind Team Rot, Julie! Meine Seele ist blau! Beim riesen Schlong des Fruchtbarkeitsgottes! Ihr seid schon jetzt für immer meine beste Freundin! Der riesen Schlong! Die haben unser Wort genommen, Chat! Riesenschlag! Das ist ein Frecher! Das ist ein ganz Frecher! Was? Warum ging das? Warum ging das? Irgendwie aber scheinbar nicht! Oh lol! Da sind ja die Löcher! Ich warte hier! Konrad, ich warte! 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 Konrad, ja! Oh! Das heißt, ich pinke sie an, bevor ich sie aufhänge! Fliege! Scheiße! Komm mit! Fliege! Die Bremse! Oh, ihr müsst rausspringen, Jungs! Ihr müsst rausspringen! Was? also youtube war schon immer mein baby ganz ehrlich da wird auch sobald endlich hier die wohnung ready ist kommt da noch mal neisterer konnte die hat schon ewigkeit aber reingeguckt in die halle aus wie eine gebärmutter also in der röhre ist einmal der braten und einmal das baby braten in der röhre ist ja auch baby versteht ihr zurück zur villa genau da ist eine bombe da ist eine bombe die macht aber ist total gar nicht mal strong das war ihr letzter kampf ramon ist auch tot das kleinste glied ich bin da ich bin da mal gucken ob das funktioniert jetzt muss ich mal böse werden hallo das war schon immer mein größter wunsch ich gehe lieber in die höhle mit 90 prozent biestern ja ja come on 40 ist das neue 50 oder auch 60 ja rizilla oh mein gott die braut hat Steroide genommen rater tattoos stechen lassen ein spa wochenende buchen mit teurem schnaps besaufen einem schicken hotel absteigen ein pole dancing kurs belegen ah das ist die die geschenke liste für meine mom sister from another mister oder warte warte geht das los ich hab boah es aufstehen da sind zwei Achtung ich sterbe jetzt komm her komm her ich glaub's ja nicht die haben einfach mein haus hier in dem game scheiße würdet ihr sagen ich habe die situation besser gemacht ein nackter timeshield hat es funktioniert durch die tür habe ich seinen stengel gesehen und dann ja und dann habe ich dann habe ich zum schutz mein timeshield angemacht wenn ich zur lan geht dieses jahr wenn würde ich einen vlog drehen und er kommt spätestens zwei wochen danach hab ihn null julian 1 und 3 ja ich hab ihn getötet da also der hat gerade wer explodiert ich hab noch einen gekillt ich hab ihn gekillt siehst du das da oben wir sind weit hintereinander hochgeklärt ja Jungs ich will wieder stalken warte für die immersion zeige ich euch ein paar pferdgeräusche uuuhu so ich mach jetzt einfach mal assassinate hoooo warte für mich kp warte 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 ich will warte warte Sie hat nie Buben des Snoot gemacht. Ich hab gewartet. Oh mein Gott. Ihr müsst das nehmen, nehmt das Geld. Oh mein Gott. Warte. Nein, es reicht nicht. Nein, es geht nicht. Was macht denn Juli? Aus der Drohne, Juli. Was mach ich jetzt? Lauf zu nem Auto. Oh nein. Ich wusste nicht, was ihr von mir wollt. Es schmeckt nach Tankstelle. Ich könnte es jeden Tag haben, aber dann ist es weniger besonders, wenn man es jeden Tag macht. Ich will die Lara Croft von früher mit ihren Schlauchbootlippen und überdimensionalen, eckigen Brüsten. Komm her, wurscht da! Es ist wirklich mein erstes Mal jetzt. Ihr seid dabei. Nein, nein, nein. Ich zieh mich wieder aus. Was soll denn das? Zieht dir sofort was an. Du solltest dich was schämen. Was? Die haben mich wirklich eingeknastet? Nur weil ich ein Mann bin und so viel Haut gezeigt habe? Ich bin viel zu heiß. Jetzt packen wir das Riesenteil da rein, Shit. Oh ja, wir haben einen Foto mitten im Kampf. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und jetzt komm ich hier von hinten und jetzt hab ich... Geh mal beiseite, bitte. Ja, ich muss... Ich muss mich beweisen. Gut, okay. Das Alter? Jetzt sind wir beide gleich alt. Da hat er die... Was? Ich bin ein Zahnarzt, gell? Oh mein Gott, ich hab gegen Reapers gewonnen! Oh Gott, ich dachte, er killt mich. Ich habe ein großes Teil bekommen, obwohl ich ein kleines wollte. Das ist wie mit den Ami-Muscle-Cars, mit diesen hohen Rüpfler. They see me rollin, they hatin. Gefällt es euch, wenn ich euch mit dem Stuhl allein lass? Und ich kann es euch nicht ganz zeigen, weil der Schlitz halt viel zu hoch geht, Shit. Jetzt ist es über. Entschuldigung! Ich sag, wie es ist. 30 ist das neue 50. Yo, yo, I've got the rhymes. I've got my wits. I'm good at squeezing Bessies tits. Ist es okay, wenn ich hässlich bin? Hä? Das war doch Licht. Ah! Hier unten ist es kälter als da draußen. Draußen ist es kälter als abends, Chat. Ed Sheeran hat mir seine Gurke gegönnt. Mach ihn kaputt, jetzt haut er ab! Los jetzt! Yes! Na, wie schmeckt's dir jetzt? Ich bring mal eben den Müll raus. Was? Ruhig dich mal jetzt hier. Wie so eine kleine Mücke bis jetzt. Ja! Sum, Sum! Guck mal! Oh, upsala! Was machst du mit mir? Ich liebe dich, Julie! Ich liebe dich! Das geht mir zu schnell! Das geht mir zu schnell! Das geht mir zu schnell! Er ist hier! Er ist hier! Da drinne? Ich hab ihn, hab ihn! Boah, alter Julie! Ich hab ihn! Und jetzt, Leute, äh... Ich hab einen tot! Niiiice! Uuuu! Hier geht's auf! G-Gizelle! Ich bin da so ein wilder Hengst! Das hat ich keinen Kopf gesehen! Auch eine Kettenszene! So wie Leon! Oh, er ist oben ohne Chat! Woah! Ich hab ihn ausgeschrieben! Ich hab ihn ausgeschrieben! So wie mein Team ist es! Du bist es! Du bist es schrecklich! Ich hab ihn ausgeschrieben! Ich hab ihn bes Handy! Ansonsten! Ich hab ihn ausgeschrieben! Ich hab ihn ausgeschrieben! Also, der ganze Zeit abgelehnt... Ja, und seine Zeit wieder. Angela Merkel macht es gerne mit... Ich hab ihn ausgeschrieben! Vielen Dank.